Ich habe so einen komischen Traum gehabt. Leg aus Runden, Nogamek. Nogamek, so, so. Herr Ming sage, sie im Leben gehörte und er wurde immer dankbar für sie. Ja, lecker. Warum was nicht? Nein, das nehmen wir, das mache ich schon. Noch schon. Nein, wirklich. Tschüss. Was machen Sie denn hier? Wenn ich ein Leben haben muss, dann macht es mir meistens Spass, weil dann kann ich irgendwie loslassen und ich bin eh ein eher verkopfter Mensch. Das ist anders als Deutsch und es ist irgendwie heimatlicher als Deutsch, weil es ist irgendwie trotz allem, obwohl es Deutsch jetzt auch viel mit mir zu tun hat oder gefühlt ist, ist das irgendwo so ein bisschen Spruch vom Herz. So wie ich jetzt rede, ist eigentlich so, wie meine Schwester und ich früher geredet haben, wenn wir Deutsche gespielt haben. Also, irgendwie. Was machen Sie denn hier? Vielen Dank.